Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr vorbeischaut auf meinem YouTube-Kanal. Denn in meinem YouTube-Kanal geht es um die ganzheitliche Gesundheit. Ich bin Sarah, noch 27 Jahre jung, komme aus Teltow-Fleming und möchte euch mehr über die ganzheitliche Gesundheit aufklären. Ganzheitliche Gesundheit ist nicht nur eine gesunde, vitalstoffreiche und basische Ernährung, sondern das als Grundvoraussetzung und Grundbaustein zu sehen. Ich möchte bildlich gemeint in euch einen Baum pflanzen, der stetig gehegt und gepflegt werden muss. Das natürlich nachhaltig. Für mich bedeutet ganzheitliche Gesundheit auch Aspekte mit einzubeziehen, wie die Mundgesundheit, Regeneration, Stressmanagement und die Schlafqualität. Darum soll es hier in diesem YouTube-Kanal gehen, denn Gesundheit entsteht im Ganzen. Ihr würdet mich unterstützen, indem ihr meinen YouTube-Kanal hier unten abonniert. Ich freue mich auf diese Reise mit euch und bin ganz gespannt. Ich freue mich und bis ganz bald. Eure Sarah. Eure Sarah. Eure Sarah. Untertitelung des ZDF, 2020